also okay also bisschen beschissen ist es schon immer der rennt aber schon natürlich da ist einer weg da das war knapp aber wie wir sehen diese diese version ist ungeschnitten also ich habe mir hier die die version die europäische englische version geholt das ist die also diese waffe hat nicht so ein geiles movement aber wie man wie ihr seht bis jetzt ist da halt echt nicht allzu viel drin man irgendwie symbolen oder so deswegen ja es ist ja an sich in der andere bisschen anders erzählt nämlich in den 60er jahren sind die nazis wieder da sozusagen deswegen heißt es ja der new order alter schick war knapp kampf und war das mit der auch noch gepanzert war so da habt ihr jetzt ein bisschen gesehen aber das ist alles so minimal und außerdem schieße ich hier auf nazis dass ich hier auf bösen also wir reden regenerieren uns immer bis 20 in etwa aber hier komme ich doch her oder so hier erst mal ein bisschen was einstecken was ich ganz cool finde dass das alles so richtig voll am boden liegt dass man richtig schön auf aber wir halten schon verdammt viel aus fällt mir irgendwie auf also wie kann ich da was machen so den hätten wir auch schön ist das kiosk weil der auch folge gegen die wand schaut dass er voll intelligent da also die wie die der eine da jetzt stand es war nicht gerade die schlauste variante so jetzt gehen wir hier hin und den auch noch zack alle weg wie halt immer nur sechs schuss im magazin haben das verstehe ich immer nicht was was braucht ihr da bomb needed ok wo krieg ich die her eventuell aus der richtung alter der rennt so übelst schnell abfahrt alarm ok das sollte genau in die andere richtung das hat er halt alarm gerufen jetzt hat er halt alarm gerufen läuft jetzt kann ich das teil mitnehmen wie geil ist aber ein bisschen zu schwerfällig vor allem weil ich hier auch echt so richtig wie so eine Art speed hack habe wie ich hier renne ey so jetzt haben wir hier einen schönen durchgang alter der rennt so übelst schnell ey wird schon mal eine Art speed hack hab ich einen tick zu weit gelaufen wahrscheinlich hab ich einen tick zu weit gelaufen wahrscheinlich hä ne hier gehts lang oder Okay, ich kann hier durch wie geil Da ist einer Oh, ficken ich komme hier nicht hoch So, ja, chill out Wow Okay, ich wusste nicht, dass ich hier auch durch kann Wow, Glück gehabt So Ne, hier muss ich nicht lang Ups, da geht es nicht lang So, hier dürfte es lang gehen Okay Auch nicht Wundern mich gerade ein bisschen Ach, hier bin ich jetzt, okay Ne, hier kann ich nicht lang müssen Da haben wir es, okay Da bin ich und, ah, okay Ich schaue gerade da runter Und da ist irgendwo, ist da was verstecktes, oder Ah Yeah Okay, in dem einen Raum, da soll was verstecktes drin sein Tür von der anderen Seite, okay Kommen wir da von oben rein Oh, hat die jetzt auf Einzelschuss gewechselt Ah, okay Kann man einfach so umstellen, das ist ja auch nicht schlecht Also man merkt schon, die sind schon alle echt Kanonenfutter Oh, jetzt haben wir Bonusleben Auch nicht schlecht Ach ne, es war Rüstung wahrscheinlich Die aber auch nicht die ganze Zeit anhält, okay Irgendjemand schießt hier auf mich Mist, ich habe keine mehr So Komm schon War hier nicht noch einer? Ja, ich habe das Geheimnis nicht gefunden, ich weiß So Die hier auch noch schnell abfarmen Scheiße, scheiße, scheiße Scheiße Oh Bin ich komplett tot? Ne, oder? Doch, ich bin tot Scheiße Ja Läuft nicht ganz so gut Aber dieses schnelle Rennen, das ist echt übelst irritierend Okay Immerhin Immerhin gibt es gute Doch hier kann ich hinter, auch nicht schlecht Doch, komm noch wieder raus Hier liegt was So, alles meins, alles meins Verpiss dich mit deiner scheiß Granate So, immer schon ein bisschen Muni Warum steht der Heavy Ammonation? Also, ist das schwere Munition, oder? Wo bin ich jetzt? Okay Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da ist der andere Ich müsste ihn halt treffen, ne? Also, geil ist die ja schon, muss man schon sagen Weil die auch irgendwie so eine Art Schalldämpfer dran hat So, wenn ich hier gucke, da müsste es irgendwas geben Aber wo? Links heißt es Hinter der Tür? Ne Yeah Ah, da, da, warte mal Was, da hinten ist irgendwas So Den holen wir uns weg Und jetzt können wir mit dem Teil rumballern Geil Ah Das war's schon Aber ich hab hier unten noch irgendwas, was ich Mir suchen kann, irgendwie Hier in dem Raum soll irgendwo was sein Da Oder das war's, ja Und hier links irgendwo drin Wenn es das ist, dann weiß ich nicht, was ich da machen soll Okay Na, dann geht's wieder zurück Und der rennt so übelst unrealistisch schnell, ey Das ist echt Bisschen Na ja Verstörend, ey Weil Keine Ahnung Muss hier lang Stimmt ja Die halt echt überall so Zeug rumliegt, ey Na toll Alter Ja ist klar So, 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 so Komm her Okay Das war wahrscheinlich so die erste Mission Ja, so, 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 so So, so, so So, so, so Das ist ein Schatz, aber ich habe einen Schatz. Ich habe einen Schatz, aber ich habe einen Schatz. Wenn wir nicht, dann werden wir uns für ein Schatz festlegen. Okay, so was ich jetzt vermute, nämlich das habe ich schon gespielt, wenn die jetzt gleich die Wand hochlaufen. Ich glaube, das habe ich schon gespielt, nämlich auf der Gamescom damals. Ich glaube, das war ich schon. Okay, ja, das kenne ich schon. Und ich würde sagen, ich mache jetzt an der Stelle eine kurze Aufnahmepause und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wir müssen mal schön weiterzocken. Ciao.